Ich habe die optimalen Stellen für die Peilsender markiert. Okay, Söldner. Hier spricht June Devlin, Helikopterpilot von UP. Und wartet auf dein Zeichen. Das könnte haarig werden, Devlin. Bereit, der Flugabwehr auszuweichen? Klar, ich kriege Voranzuschlag. Das ist Nilsson! Attacke! Attacke! Sehr schön. Der Devlin Petroleum hat uns freundlicherweise ein paar Versorgungsabwürfe zur Verfügung gestellt. Viel Spaß damit! Attacke! Attacke! Das sind ziemlich viele von diesen Typen. Tja, jetzt ist es einer Lüge. Ich bin ziemlich angeschlagen. Hey! Wo bleibt der Sanitäter? Der Feind ist hier! Tja! 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 dimin ! Tja! 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 Von Pan Ricker, all 셀 werden! Nevantfreude! Warte! Ich geh jetzt rein! Attacke! Ich klemme mich hinter das Geschütz! Leider versteckt die sich links in den Zahnen! Keine Sorge, du kannst dich immer auf meine Unterstützung verlassen! Bin unterwegs zum Helikopter! Schießt auf den Helikopter! Die Waffe dort ist unbewahrt! Waffe! Die Deckung, ich schlag mich zu dem Geschützleuchten! Schreib mich, Herr Helikopter! Doktor! Nummer 1, gute Arbeit! Ah, ich dachte, du hast gesagt, dass es haarig wird! Na los! Die PIE-Sender funktionieren! Ich empfange ihre Daten! Die Übertragung kommt von hier! Die Übertragung kommt von hier! Verstöre das Gebäude! Die Übertragung kommt von hier! Ich schütze! Ich schütze! Sieben, die UNICEF-G Realität! Ich schütze! Das war's. Nein, ich glaube, der Schöne an euch ist. Sie seien bei uns und bei uns haben. Der Feind ist hier! Es fällt Marshmallows nicht schlecht. Feindlicher Panzer, näher dich! In der Deckung, ich schlag dir zu den Geschützleuchten. Attacke! Dax Solano, wer ist der Nächste? Dax Solano, wer ist der Nächste? Dax Glob! Dax Solano, wer ist der Nächste? Das war's. Du hast alle Gebäude zerstört, die Universal Petroleum loswerden wollte. Wenn Sie noch mehr wollen, müssen Sie bezahlen. Auftrag erledigt.